...von der Kühle runter, da wo bei dem Getränke so lecker sind an der Bar. Großen Applaus an der Stelle wieder für Tessi und Julia, die heute so wunderbaren Getränke zubereiten und auch noch passende Arbeitskluft haben. So schöne T-Shirts, das sieht wirklich sehr gut aus. Ja, auch Sie sind, glaube ich, auch schon zum dritten Mal. Viertes Mal? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, seit wir hier im Team 20 sind, sind Sie dabei, vierte Mal. Ja, und es gibt auch so Songs, die wir immer wieder spielen. Und spannend ist, wenn wir sie dann mal ein Jahr nicht spielen, dann stürmen wir die Leute in einem Konzert irgendwie zu und sagen, Ey, Forel, Kunde, halt gefehlt. Das ist so, mit dem Lila, mit dem Purple, Purple Schulz, oder wie der Song heißt. Wenn man sagt, dieses Jahr, gut, dann spüren wir dieses Jahr Purple Schulz. Aber ohne Schulzeite, da sind wir drehen. Purple Ring. Das ist so, mit dem Lila, mit dem Lila, mit dem Lila, mit dem Lila. Das ist so, mit dem Lila, mit dem Lila, mit dem Lila, mit dem Lila, mit dem Lila. Ich will ihrer Bis zum Facebook-Lila, mit dem Lila, 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 rüberru eines Getherspottes. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020